Das ist echt nichts für schwache Nerven. Die Guinier-Würmer wandern an Muskeln und Knochen entlang und graben sich dann durch die menschliche Haut an den Füßen, um im Wasser ihre Larven abzulegen. Man kann den Wurm nur mit der Hand entfernen und zwar indem man ihn auf einem Stöckchen aufrollt, Stück für Stück. Eine äußerst schmerzhafte Infektion, gegen die es weder Impfungen noch Medikamente gibt. Doch jetzt könnten wir es tatsächlich schaffen, den Erreger bald auszurotten. Bisher ist uns das einzig und allein mit dem Pocken-Virus gelungen. Ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp gewünscht und bekommt jetzt alle spannenden Facts rund um den bösen Guinier-Wurm und die große Ausrottungskampagne. Herzlich willkommen bei Clixoom Science & Fiction. Abonniert den Kanal, um kein Video zu verpassen. Und den Link zu WhatsApp für Themenvorschläge und den WhatsApp-Newsletter findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die Infektion mit Draculus Mediensis, so der wissenschaftliche Name des Guinier-Wurms, braucht uns Menschen zum Überleben als Wirt also. Sie wird in Nigeria Armut und in Mali die Krankheit der leeren Kornkammern genannt. Denn die infizierten Menschen sind so geschwächt, dass sie nicht mehr arbeiten können, um ihr Geld zu verdienen. Die Infektionen sind nicht tödlich, doch sehr, sehr schmerzhaft. Und sie passieren durch ungefiltertes Trinkwasser. Denn die Wurmlarven befallen winzige Krebse, die im Wasser schwimmen. Die Krebse sterben, doch die Parasitenlarven haben ihr Ziel erreicht. Sie wandern vom Magen aus in den Darm, durchdringen die Schleimheit Haut und paaren sich. Das Männchen stirbt kurz darauf, das Weibchen dagegen wandert zu den menschlichen Extremitäten, meistens zu den Füßen. Bis dahin wächst es auf eine Länge von, Achtung, bis zu einem Meter und legt dann dort seine Larven ab. Ungefähr ein Jahr nach der Infektion beginnen die Würmer sich durch die Haut der Betroffenen zu bohren. Meistens im Bereich der Füße und Beine und zwar über Wochen hinweg. Beim Durchstoßen der Haut empfindet der wird also der Mensch große Schmerzen und so halten die Betroffenen ihre Gliedmassen ins kalte Wasser von Seen und Flüssen. Das Weibchen platzt schließlich auf, setzt hunderte von Larven frei, die dann wieder von kleinen Krebsen aufgenommen werden. So also wird das Wasser neu verseucht mit der nächsten Generation von Larven. Ein schlimmer Teufelskreislauf also und genau da setzte der erste Ansatz der wirklich groß angelegten Ausrottungskampagne an. Die Menschen sind dazu aufgerufen, engmaschige Stoffnetze zu benutzen und so stand eigentlich der Plan, den Parasiten bereits bis zum Jahr 2015 erfolgreich auszurotten. Doch es kam anders als gedacht. Denn der Wurm war auf einen anderen Wirt ausgewichen. Hunde. Wohl weil die Menschen schwieriger für ihn zu erreichen waren. Der genaue Hund-Mensch-Zyklus ist noch unklar, aber vermutet wird, dass sich die Hunde über Fischabfälle infizierten und die Parasiten dann an die Menschen weitergeben, indem sie die Larven wieder ins Wasser bringen. Ein fataler Rückschlag für die Ausrottungspläne. Deswegen wurde als ein zweiter wichtiger Schritt den Fischern in betroffenen Regionen angeraten, ihre Fischabfälle nicht weiter einfach wegzuwerfen, sondern sicher zu entsorgen. Und diese Maßnahmen scheinen wirklich zu fruchten. 3,5 Millionen Neuinfektionen in 21 Ländern wurden Mitte der 80er-Jahre registriert. Absoluter Wahnsinn! Der Grund? Schlechte sanitäre Versorgung und fehlender Zugang zu sauberem Wasser. 2017 wurden noch und jetzt kommt es 30 Fälle bekannt. Jeweils die Hälfte in Äthiopien und im Tschad. Und der Wurm quält uns Menschen übrigens schon seit Jahrtausenden, sogar in Mumien wurden seine Spuren entdeckt. Hauptverantwortlich für die Ausrottungskampagne ist übrigens das Carter Center, das die Initiative zur Bekämpfung des Guinea-Wurms 1986 gestartet hatte. Die Non-Profit-Organisation wurde vom ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter und seiner Frau gegründet. Der krasse Rückgang der Infektionen ist eine richtig, richtig gute Nachricht, denn es gibt keinerlei Möglichkeiten, den Betroffenen zu helfen. Dazu Donald Hopkins, ein Berater des Carter Centers. Es gibt keine Impfung gegen den Parasiten und keine wirksame Behandlung, daher konzentriert sich die Kampagne darauf, sauberes Wasser bereitzustellen und das Verhalten der Menschen zu verändern. Wie oben schon kurz angesprochen, lässt sich der Wurm tatsächlich nur per Hand aus dem Körper entfernen. Die Menschen machen das meist selbst, ohne medizinische Hilfe, mit einem kleinen Stöckchen. Dort wird ein kleines Stück des Wurms, etwa zwei Zentimeter, Tag für Tag aufgerollt. Wird da zu Forsch herangegangen, reißt er ab. Sind wir schon Zombies? Lebewesen werden ferngesteuert durch Parasiten, darf er hier draufklicken. Ein wirklich etwas beunruhigendes Video, ansonsten bis dann, bleibt dran!